Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steal the Scrolls 5 Skyrim und bringen sie den Drachenstein in Besitz. Gut, es kommt weg. Ich muss den Drachenstein in Besitz bringen. Ich guck mir diesen wunderschönen Alchemie Zauberdingsbums da an. Den ich jetzt nicht irgendwie benutzen kann. Äh, schade. Eigentlich wäre es cool, wenn man während der Ladezeiten dann diesen Chemietrank benutzen kann, damit man was zu tun hat. Spring! 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 Er wird ja immer noch... Nein, er ist verschwunden! Aber was tötet der da eigentlich? Eine Schlange, oder? Ja! Der tötet eine Schlange. Ist so eine... Ja, Lavendel auf jeden Fall wird gesammelt, ja. Ihr seht aber wirklich müde aus. In der beflagten Meere sollen noch Betten frei sein. Ist jetzt egal, ich gehe erstmal... Obwohl, ich habe hier, äh, dummerweise die Angewohnheit. Schreie verstärken, kaiserliches Glück. Okay. Ist nichts. Ihr sucht meinen Garten Nazem? Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jalna. Dort kriegt er der Zeit für gewöhnlich herum. Ihr habt uns zugestimmt euch zurück nach Flusswald zu schicken. Ja, Huskal. Wir werden sofort aufbrechen. Nur wir sind es, die gegen einen Drachen kämpfen, richtig? Naja, auf jeden Fall, ähm... Ich habe eine Mod installiert, die heißt, äh... Dizzly Meats, glaube ich. Und die... Ähm... Bringt sowas wie Müdigkeit und so weiter mit ein. Müsste ich mal gucken, ob das irgendwann zu Tage kommt. Oder nicht. So, und jetzt erstmal gucke ich mir an... Wo... Das ist... Wo ich hin muss? Ich muss direkt da hin. Gut. Ich kann ja am besten zu den Wächtersteinen reisen und von da aus dann auch hochlaufen. Müsst ihr nicht so viel. Einfach nur ein sinnloses Hin- und Hergelaufen sehen. Hoffe ich mal. So. So. Ab darüber. Oh. Das ist vielleicht... gerade... nicht so klug. Shit. Äh. Ja. Versuchen wir es einfach mal. Okay, nein. Hier kommt man nicht. Oh. Schade. Das ist jetzt... Scheiße. Ich hoffe... Mist. Ah, hier. Super. Und ab nach oben. Wir legen aber mal ähm... unseren Bogen an. Einen von unseren drei Bögen. Kann man hier was sammeln? Kann man hier was sammeln? Pilze! hier. Hier ist irgendjemand. Und da ist ein... Adler über uns. Da ist unser geliebtes... Stückchen. Vielleicht sollte ich auch auf dem Weg bleiben. Unser geliebtes Stückchen. Uh, wird es hier dunkel. Sind sie böse? Ja. Was war denn? Was war denn? Ups. Ist das aber eine Überraschung? Oh. Kann damit von hinten an... Oh. Nein, ich möchte dich auch nicht schlagen. Verdammt! Uh. Böse. Tapp. Ähm. Heiltränke. Oder? Nein. Scheiße. Äh. Hier. Eine kleine Heilung. Und... Äh. Nehme ich doch lieber meinen Eisendolch. Ah. Oh mein Gott. Schwert. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh, hier ist eine Eisenader. Hier gab es doch noch einen. Da, genau. Was hat denn der dabei? Fellrüstung. Nicht besser. Dietrich, Eisenfall. Obwohl, die Fellrüstung ist neutral, ne? Die Feldstiefel sind normalerweise schlechter. Gut, dann, ähm... Objekte. Ziehe ich mir einmal die Fellrüstung an. Und... Äh... Ja. Ich wähle meinen Bogen wieder aus. Ich wüsste, wo die ist. Na, komm her, Bandit. Na, seid ihr ja. Wow! Na? Was hattest du dabei? Ah, Eisenpfeile. Super. Gold. Ja. Einen Jagdboden. Ja, die nehme ich da natürlich. Und dann kann ich hier... Äh... Jagdbogen. Die mal anlegen und die drei... Nein. Wie kann ich die... Ah, ja. Ja, fallen lassen. So, jetzt habe ich einen Jagdbogen. Supergeil. Jetzt muss ich nur irgendwie da hochkommen. Das wird jetzt etwas schwieriger. Achso, ich habe eine neue Stufe. Stimmt ja. Uh. Ja, ja, ja. So. Ähm... Ich würde als erstes für Ausdauer tippen. So. Zerstörung. Ich habe direkt schon mal Zerstörung. Auf 20. Ich möchte aber gar nichts mit Zerstörung machen. Wiederherstellung. Wäre eigentlich cool. Veränderung. Verzauberung. Schmiedekunst. Kann Stahlrüstung. Waffen schmieden und doppelt so effektiv machen. Schwere Rüstung brauche ich auch nicht. Locken. Äh... Ja. Zwei Hände brauche ich auch nicht. Einhändig, ja. Ich gehe mal auf die Schießkunst, ja. Als erstes 20% Schaden. Rüstung 20% leichter. Was habe ich denn hier noch? Schleichen. Schleichen sollte ich auch mal machen. Um mich endlich weniger stark zu entdecken. Und mache ich dann beim nächsten Mal einfach nur. Dann versuchen wir ein bisschen auf Bogen und Schleichen zu gehen. Mal gucken, wie sich das aufwirkt. Bittsturz-Hügelgraf. Bittsturz-Hügelgraf. Hier meine ich, wären auch Banditen gewesen. Der hat mich scheinbar gesehen. Der hat mich scheinbar gesehen. Die Freunde. Das Frühling sind's raus. Was? Oh. Doch, die sind über mir. Schleichen verbessert. Super. Hä, hier kann ich nicht weiter. Schade. Na, super. Eigentlich muss ich ja... ...so schleichen. Ich hätte wissen müssen, dass sie lebt. Sagte sie, würde auf mich warten. Was? Oh. Oh. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Scheiße. Na, er sucht nach uns. Er sucht nach uns. Er sucht nach uns. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Komm her und ich hacke dir einen Pfeiler in die Fresse. Fahnd, mir fehlt so eine Zielfunktion. Verlobene kleine Hure. Das Ball ist nicht von mir. Das könnte von jedem sein. Ich glaube aber, hier können wir den Pfeilen leider nicht viel anrichten. Oh. Oh. Aha. Das ist eine Kunst. Ja. Was hat der Liebe dabei? Die Trische. Die Trische kann man immer gebrauchen. Gold, ja. Jagdbogen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was? Nein, Mist. Den habe ich nicht getroffen. Das ist jetzt. Das ist das, was wir holen. Scheiße. Na. Komm. Fälsch ihn. Neuer Geld zu zählen. Was? Der fängt doch auch noch. Na, komm her. Zeig dich. Ich kann euch nicht besiegen. Upsala. Ist da jemand tot? Was hat der denn dabei? Eisenpfeile. Gold. Das andere. Schaden plus eins. Wieso hat der den Schaden plus eins? Keine Ahnung. Ich habe ja auch in Jagd gehoben. So. Ab ins Hühnengrab. Aber. Vorher würde ich sagen. Machen wir hier einen kleinen Cut. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Hau rein.